Wenn uns gleich was passiert, Mia, auf dem Tisch liegt mein Handy. Ruf Oma an. Ruf Oma an, okay? Okay. Ruf Oma an. Wir sind übermotiviert. Ja, 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 ja. Jetzt kann man was aussuchen, Mama es aussuchen. Ja, Mia will was aussuchen. Wir haben nämlich Süßigkeiten zugeschickt bekommen. Internationale Süßigkeiten. Ganz, ganz wenig natürlich. Alles schwer. Ja, hol mal. Ich glaube, das schaffst du nicht. Das ist ein bisschen schwer. Ich helfe dir mal kurz. Schaut mal das Riesen-Paket an. Könnt ihr euch vorstellen, was wir jetzt machen? Zunehmen. Ja. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, in Los Angeles damals haben wir schon mal so was, also so ein Video gedreht. Und zwar eine, wie hat die geheißen? Eine Candy Challenge. Heißt das so? Ja. Ja? Und da haben wir in Los Angeles halt so American Süßigkeiten probiert und erzählt, wie die schmecken und ja, euch gezeigt, was es alles gibt. Und in diesem Paket sind so viele Sachen, die habe ich noch nie gesehen und ich habe noch nie gedacht, dass es so was überhaupt gibt. Ich habe heute übrigens wieder mit Sport angefangen. Ich auch. Und es ist eine, ja, kann man mal so machen. Werden jetzt einige Kalorien, ich glaube, wir essen jetzt mal so 10.000 Kalorien. Warte kurz. Warte, warte. Okay, ich bin gespannt. So, damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, was so Außergewöhnliches da alles drin ist, zeige ich euch mal so abgespacede Sachen. Noch nie gesehen zuvor. Was ist noch so richtig abgespaced? Keine Ahnung, was das hier ist. Also so Reese's kennt man ja. Das kennt man. Aber hier sind noch so, schau mal, die habe ich auch noch gesehen. Okay. Krass, schaut mal, wie geil. Oh mein Gott, also wirklich, da sind so viele verrückte Sachen drin. Mint Tic Tac, Mint Dark Shop. Ey, krass. Ich will das essen. Okay. Ich will das essen. Ja, das kennt die Mama. Kennt ihr das? Schon, gell? So, dann fangen wir an, oder? Wirst du mitmachen, ja? Ja. Okay, ich habe das allererste. Wie geil wird das bitte schmecken, ne? Tod. Meinst du? Ja. Hey, schaut mal. Oreo zum Dippen. Sowas kenne ich eigentlich nur von Kiri. Okay. Mama, das ist da. Schau mal, da kann man, oh, oh mein Gott. Das sind ganz normale Kekse. Und dann ist die Oreo, ähm, Masse extra. Und dann kann man selber dosieren, wie viel man da haben will. So. Das schmeckt mir so. Schmeckt's gut? Schmeckt's gut? Schmeckt's mal ein Dippen? Ist gut? Das schmeckt mir so. Ich darf das aber auch mal probieren. So, vielleicht. Guck mal, ein Auto. Oh, ja. Schmeckt's gut? Ja. Willst du nochmal ein Dippen? Ja. Ich finde, es sollte eingeführt werden in Deutschland. Süßigkeit 1 ist definitiv, hat's bestanden, oder? Ja. Okay. Sollen wir das jetzt probieren? Mhm. Okay. Wie heißt das? Was ist das eigentlich? Gummibärchen. Das ist Gummibärchen. Ja. Here and share. Sehr abgastbar. Ich will das essen. Ja, wir probieren alles. Also normalerweise kriegt Mia nicht so viele Süßigkeiten wie heute, gell? Okay, das ist schon krass aus. Jeder darf mal abbeißen, okay? Ja. Soll ich anfangen? Nein. Willst du anfangen? Ja. Okay, Mia, probier. Das ist das Versuchsgänger. Nicht gut? Soll ich probieren? Da verschmeckt es. Süß. Try it. Es sieht eigentlich aus... Also ganz kurz zum Erklären. Es schaut aus wie länglicher Gummibär. Nein, es sieht nicht aus wie ein Gummibär. Ja. Boah. Ich meine, die Konsistenz, Mensch. Und außen rum kleben halt so Zuckerbällchen dran. Guck mal, das ist groß. Das muss ich einen großen Tüppich sein. Oha, nein, Schatz. Bereits am Kleid. Beiß ab. Schnell, 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 pass ab, pass ab, pass ab, pass ab, pass ab. So fällt alles auf den Teppich. Und das musst du jetzt essen. Danach hast du die erwähnt. Also wenn man es so sagt, ich würde es nicht kaufen. Schaut echt krass süß. Aber auch Daumen hoch. So, Schatz, du bist dran. Ich habe was ultimatives, okay? Das habe ich beim Rumstöbern schon gesehen. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber es schaut sehr gefährlich aus. Hä? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Wollen wir probieren? Ja. Okay, komm, wir probieren. Ich will das nicht. Nein, okay. Nee, ich glaube auch nicht, Mia. Ich will das auch nicht. Ja, ja. Und Mama sagt, das ist besser. Wenn uns gleich was passiert, Mia, auf dem Tisch liegt mein Handy. Ruf Oma an. Ruf Oma an, okay? Okay. Also, die schaut so aus, so im Club, so. Hast du mal was? Ja, klar. Radioaktive Sauerpätschen. Schnell. Die probieren wir gleichzeitig, okay? Jeder drei Stück, okay? Drei? Ja, komm, wir geben es uns richtig, okay? Möchtest du wirklich keins haben, ja? Eins, zwei. Drei. Drei. Alle drei. Alle drei, wir müssen nur eins. Oh, mein Gott. Auf einen verloren. Und muss wieder im Mund tun. Oh, äh. Essen aber. Ehrlich. Du kannst. Hast du das schon runtergestockt, sodass was übrig bleibt? Du kaufst die, Digger. Was soll ich sonst machen? Jetzt geht's lang. Oh, nee. Man darf die nicht kauen. Sauere wie zehn Zitronen auf einmal. Also, wenn man jetzt überlegt, ob man auf Fernsehen will, so was Süßes essen will. Dann isst man nicht das. Wer isst denn sowas, ey? Doch, doch. Und die sind heftig. Die haben es irgendwie. Papa, das ist das. Schauen wir gleich. Wirklich. Wow. Also, ich muss sagen, ich finde es schon immer sehr erstaunlich, wie viele unterschiedliche Süßigkeiten es eigentlich auf dieser Welt gibt. Ist das eins? Also, ich habe jetzt eine Low-Fat-Snack. Also, zwischendurch. Eingefärbte, künstliche... Kau-Bombo-Sagen, glaube ich. Die heißen Twizzlers. Also, das sieht aus wie... Kunst. Ja. Das sind wie Strohhelme. Schaut mal. Wie heißen die? Kreide. So, packen. So, einmal Pint für dich. Ich will blau. Welche Farbe hätten Sie gerne? Ich weiß bei... Du kriegst Orange. Arsch. Mia, mit Essen spielt man nicht. So, cheers. Cheers. Zum Wohle. Hey, da kommen wir. Aber Hauptsache gerade noch sagen, mit Essen spielt man nicht, ne? So, weiß mal ab. Mama, ich bin so eins. Schmeckt einfach nach nichts. Schmeckt? Wie ein Autoreifen. Ja. Als würdest du auf einem Auto... Also, es schmeckt wirklich nach Low-Fat and Low-Sugar. Das sieht aus wie... Ich weiß auch nicht, warum ich noch mal davon abgebildet habe. Gummi, eingefärbter Gummi. Du wirst die ganze Nacht auf dem Klo hocken, Leute. Ich will das nicht. Ne, ich auch nicht. Das schmeckt gut. Cheers. 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 Und jetzt atmen. Ganz gut, gell? Bisschen sauer? Ja. Ne. Ich finde sie gut. Ich glaube, die Mama hat was gefunden. Ich bin ja absolut Oreo-Fan. Aber das hier habe ich auch noch nie gesehen. Wie geil. Sehen die bitte aus. Die hast du das letzte Mal... Ah, nee. Ist das so spannend. Was ist das? Willst du eine Stange? Ja. Darf ich auch mal reißen? Sieht schon lecker aus. Wir finden alles, was mit Oreo zu tun hat, schmeckt einfach. Ja. Und ich als ein Äpfbeer. Guck mal, die Häschen. Äpfbeer. Hat's doch nicht gerade gemacht. Ich habe jetzt, glaube ich, mittlerweile 4.800 Kalorien intus. Und wir probieren noch ein paar Sachen. Jetzt bin ich dran mit aus. Und übrigens. Aber probieren wir die jetzt gar nicht? Doch. Aber erst suche ich jetzt das aus. Besser gesagt, ich habe schon was ausgesucht. Aber bevor wir das probieren, grüßen wir jemanden. Und zwar die heutigen Grüße raus an Lena Heinrich. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch grüßt werden möchtest, ganz einfach und mega wichtig. Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag. Team Häschen. Cheetos. Ich möchte es nicht. Mit Cheetos. Bis erstmal danach, okay? Nein. Für dich. Jetzt eskaliert sie. Die Süßigkeiten tun ja nicht gut. Eins. Ist es schminklich so schlimm? Zwei. Weiß nicht. Schatze, du hast das gewusst, oder? Ja. Ist das Mechel, Dud? Mechel das nicht gut? Schatze, du weißt schon, dass ich noch stillge. Nein, das ist echt astig von dir. Ist das nicht gut? Erstmal ansetzen. Eigentlich hättest du das an der Verpackung schon sehen müssen. Ich habe da drauf geschaut. Du hast sie dir die ganze Zeit versteckt und hast bloß in die Kamera gehalten. Schaut mal. Ja, so geht es mir gerade. So geht es mir. Jetzt kommen wir zum nächsten. Hallo. Das, was ich da vorsteigte, schneide mich. Ich weiß auch, was du musst du trotzdem machen. Also manche Zähne müssen im Video da drinnen schreiben. Wir essen jetzt auf jeden Fall hier Kit Kat Strawberry. Aus China. Aus China. Aus China. Wenn man geschmackt, 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 weil Kit Kat mag ich eigentlich. Schmeckt sehr künstlich, gell? Nicht gut. Ich hoffe nämlich. Da will jemand Kit Kat haben. Da will jemand Kit Kat haben. Tyler, du bist du, du bist du, Tyler. Noch kann die nicht mitessen, gell? Da ist sie noch zu klein. Hallo? Hallo. Oh, das sieht, ey, das sieht aus. Kennst du noch früher die Senta-Stock? Senta-Stock. Oh, ja. Die hat man immer in irgendeinem kleinen Laden gekauft, gell, für 10 Pfennig damals. Hier habe ich da auch einen? Schatz, nee, ich glaube lieber nicht. Die sehen schon so gefährlich aus. Für die, die jetzt fragen, woher wir diese ganzen Süßigkeiten haben, die habe ich von den Jungs von House of Sweets zugeschickt bekommen. Ist das weich? Nee, ist hart. Das ist ein Bombo. Ein Bonbon. Ein Bonbon. Okay. Auf die Plätze. Werflich. Los. Explodieren wir mal. Es schmeckt jetzt gut. Ich kann es noch nicht einschließen, aber jetzt wird es sauer. Ich fühle langsam sauer. Es wird sehr sauer. Es wird richtig sauer. Es schmeckt sauer. Ja. Wir bekommen ein neues Baby. Ein Candy Baby. Candy Harrison. Voll der schöne Name. Ja, so heißt er. Das ist unser nächstes. Boah, ich bin so voll, Leute. Wir verdauen jetzt erstmal die Süßigkeiten. Ich werde safe die ganze Nacht auf dem Klo hocken. Hundertprozentig. Morgen geht es dann weiter. Na ja. Nein. Wir hoffen sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Tschüss. Tschüss.